Sex, Money, Murder finde ich mit dem Album irgendwie jetzt auch besser, weil ich fand die als Single nicht so stark, den Song. Ich finde, meine Nase ist zu. NRW, nein, Nase bleibt zu. Yo, was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Taka. Und das ist der beste Podcast meines Lebens. Yo, yo, der beste Podcast meines Lebens. Hier, 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 wir befinden uns in der 27. Folge des Podcasts und quatschen heute unter anderem über Flares Colucci, ganze wie viele Singles haben wir heute am Start? 18 Singles haben wir heute am Start und so weiter und so fort. Ihr kennt das Programm. Alles gut bei dir, Taka? Wie geht's dir? Ey, ey, ey. Bei mir ist alles gut. Mir geht's gut. Fit wie ein Turnschuh. Wach. Alles fit. Was geht bei dir, Terry? Bei mir läuft die Nase auf jeden Fall. Bei dir läuft wenigstens etwas, oder? Immerhin, ja, hast recht, Alter. Also, ein bisschen erkälte, deswegen. Ich werde sehr nasal in dieser Ausgabe klingen, aber ich sag mal, besser nasal als gar nicht zu hören. Deswegen machen wir diese Woche auch diese Ausgabe. Sorry wieder für diese Verschiebung, aber ihr wisst, es ist viel zu tun. Dann kommt das dazwischen, dann dies, das, das. Dann kommt es auch mal zu einer Verschiebung, aber wie auch in den letzten Wochen, wird keine Folge ausgelassen, sodass auch alle Releases, die herauskommen, besprochen werden. An erster Stelle will ich auch nochmal sagen, dass man hier natürlich auch eine etwas traurige Nachricht hier noch verkünden muss, beziehungsweise kommentieren muss. Nipsey Hassel wurde in vergangenen Tagen erschossen. Ist natürlich sehr tragisch und deswegen hier auch im Namen des besten Podcasts meines Lebens ein Rest in Peace raus an Nipsey Hassel und seine Familie. Wünschen wir natürlich, wie sagt man, Beileid und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. War dir Nipsey Hassel davor ein Begriff oder hast du den erst dadurch so richtig auf dem Schirm gehabt? Ne, war schon ein Begriff. Also ich habe den nicht extrem auf dem Schirm gehabt, aber ich kann sogar sagen, vor halbes Jahr oder so erst richtig ein paar Tracks von dem heftig gehört, aber das ist ja dann so jetzt so, also gerade angefangen zu hören und dann zack, weg. Ja, das war ja auch, ich glaube, letztes Jahr, das war sein Debütalbum. Deswegen, es ging eigentlich für ihn richtig los jetzt. Grammy nominiert und so und dann eiskalt einfach so, zack, so schnell kann es gehen. Das ist schon tragisch, Alter. Sehr, sehr tragisch. Mit 33 Jahren ist er auch nicht sehr alt geworden, also das ist ja sehr, sehr jung und war ja auch sehr engagiert in seiner Hood, hat sich da immer bemüht, alles aufzubessern und so weiter. Und deswegen ist es halt noch umso schade, dass gerade er jetzt so ablehnen musste. Tragisch, rest in peace, Nipsey, Hustle. Aber bevor wir die ersten Tränen hier vergießen, würde ich mal sagen, sollen wir mit dem Normalprogramm starten und direkt mal in den Newsblock reinjumpen. Yep, jump, jump, in den nächsten Newsblock, jump, jump. Ey, ey, und wie immer startet der Newsblock mit den Charts und diese Charts starten wir natürlich mit den Albumcharts. Und wo fangen wir da an? Yes, ihr habt recht, bei den Neueinsteigern. Nochmal eine Anmerkung, ich bin mental auch nicht so fit, deswegen habt ihr das auch im Hinterkopf, wenn ihr jetzt so ein Kommentar kommt, was irgendwie, ach egal, ich fange einfach an. Gent ist mit seinem Kanun-Album auf Platz 30 eingestiegen, Reezy mit seinem Teenager Forever auf Platz 25, Nimo und Kapo mit Kapimo auf Platz Nummero 7, Tua gleich davor auf Platz Nummer 6 mit seinem Tua-Album natürlich und Herzog mit seinem OG mit Herz-Album auf Platz 2. Ein Album, was ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm habe, hat da einfach die Höchstplatzierung geholt in dieser einen Woche. Das ist schon krass. Was sticht dir hier sehr krass ins Auge? Natürlich ja, die zwei eigentlich, ne? Ja, also die zwei, die zwei sticht krass ins Auge. Erstmal das, dann Gent mit Kanun, finde ich krass, dass das hinter Reezy ist. Hätte ich nicht gedacht, weil das ist ja sozusagen einer von dem Alpha-Team und ich sehe den dann mit seiner Promophase eigentlich vor Reezy. Ja, eigentlich schon, weil seine Promophase war auch sehr lang eigentlich. Viele Videos, viele große, also was heißt viele große Features. Ja doch, mit Yasin und Kollegah und so, das sind schon Dinger, ne? Das finde ich schon krass und halt das Tour vor Nimo und Kapo ist, wa? Ja, und ich finde auch, dass eine 7 für Nimo und Kapo als zusammen auch ein bisschen unter den Erwartungen ist, oder? Ja, auch. Vor allem, wenn du halt im Gegenvergleich Herzog mit OG mit Herz auf 2 hast und ein Album warst, wie irgendwie dich auf dem Schirrband. Übel. Das ist schon krass, Alter, da sind Nimo und Kapo im Zusammenspiel, aber das ist halt so dieser Fluch von diesen Kollabo-Alben irgendwie, ne? So wie Motrip und Alias oder auch Sido und Bushido sind, glaube ich, unter den Erwartungen geblieben. Es gibt oft so... Welche Kollabo-Alben waren noch? Da war noch, glaube ich, eins. so gefloppt-mäßig, meinst du? Ja, irgendein Kollabo-Album. Ach, so hast du es schon gesagt, ne? Majo und Dings Kurdo, oder? Ne, ne, Majo und Kurdo, genau, hast recht, ja. Aber ich glaube, Chad, ja, doch, ist doch auch unter den Erwartungen geblieben, stimmt. Dann ist das wahrscheinlich dieser Kollabo-Fluch. Aber ansonsten, ja, Tua ist mit 6 auf jeden Fall, denke ich, zufrieden, Top 10-Album. Und Kanun, würde ich auch sagen, ist mit 30 eigentlich von unter den Erwartungen geblieben, mit Koller-Alpha-Music-Signing und so. Ich weiß nicht, wie Jigsaw gechartet ist. Ich glaube, der war Top 20, also der war, glaube ich, irgendwie Platz 15 oder 16, irgendwie so. Ah, okay, also besser als Gantt. Also Musik, die Musik von Gantt finde ich besser, deswegen halt noch überraschender, aber, ja, interessant zu beobachten, dass da irgendwie Kollegah mit seinen Signings noch nicht auf so einem Level stattfindet, wo man sagt, die sind alles, ja, so Anwärter für die nächsten großen Nummern, so, sondern die finden irgendwie nur statt, wenn man sich das Chart technisch anguckt. Ey, ja. Ich muss, glaube ich, genießen, aber ich kann es unterdrücken. Dann gehen wir aber weiter zu den Updates bezüglich Albumcharts und schauen uns mal die zweite Woche von Mero an. Der ist mit seinem Jahero, Ja Mero Album von der 1 runter auf die 5 gerutscht und Entertainment mit seinem Teufel sei Dank Album ist von der 4 raus aus den Charts gerutscht. Also der ist wieder raus und daran kann man auch nochmal festmachen, ja, Teufel sei Dank wahrscheinlich die hohe Platzierung durch die Boxverkäufe. Ja, so denke ich auch. Und was sagst du, von 1 auf 5, ist das ein großer Sprung für Mero oder ist das so stabil immer noch? Also ich finde, dass das auf jeden Fall stabil ist für die Woche, weil wenn so welche wie Nimo und Kapus nicht mal schaffen in der Startwoche vor Mero zu sein oder eigentlich die anderen. Also es wundert mich sowieso, dass zum Beispiel so welche wie Nemo, Weezy und Gent dann es nicht schaffen vor einem Newcomer in der zweiten Woche zu kommen. Das wundert mich dann einfach, so würde ich das sagen. Deswegen finde ich das für Mero eigentlich sehr, sehr stabil. Zweite Woche, 1 auf 5, stark. Ist auf jeden Fall stark. Aber guck mal, Entertainment muss ja dann von 4 auf weg, das ist unnormal heftig. Ja, das ist übel. Das ist auf jeden Fall dann nur ein Zeichen, so dass er nur die Boxen am Anfang verkauft und danach wollte keinen Namen mehr was von ihm wissen, das war es. Ja, wurde dann zu wenig gestreamt. ist dann halt so. Ja, mit einem Teufel sei Dank Album hast du wahrscheinlich auch keine Chance noch Playlisten. Also mit den einzelnen Songs. Ja. Und deswegen ist man da wahrscheinlich ganz schnell wieder weg. Sollen wir rüber zu den Single Charts gehen? Ja, können wir. Können wir, machen wir. Da haben wir Nimo und Kapo mit Dunkel auf der 23. Juju mit Hardcore High ist auf Platz 20 gelandet. Shindi mit Affalterbach auf Platz Nummer 12. Ferro 4-7 mit Puerto Rico auf Platz Nummer 7. Lucio, 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 Luciano und Samra mit Yasalemi auf Platz 5. Eno mit Blackberry Sky auf der 2. Und Kapita Bra mit Sherry Lady auf Platz Nummer 1. Und damit hat er ja auch die Beatles eingeholt oder Rolling Stones oder was. Auf jeden Fall ist Kapita Bra mit dieser Platzierung offiziell Rekordhalter im Platz 1 haben in den Single Charts. Was fällt dir noch auf? Übel, übel, übel. Was mir auffällt? Yes. Ja, Shindi Affalterbach auch für 12. Ist unter den Erwartungen sagst du oder was sagst du? Ja, ich finde, das ist unter den Erwartungen. Aber kann das auch vielleicht liegen, weil das kurzzeitig raus war wegen den Faxen mit Sheeran David? Ja, safe. Muss daran liegen, weil ich glaube, der war, also Affalterbach war ja noch nicht mal am ersten Tag richtig auf den Streamingportalen. Also auf YouTube nur, aber bei den Streamingportalen war der ja erst richtig draußen, als die zweite Version kam, glaube ich. Genau. Die erste Version war nur kurz drin und dann war es schon vorbei. Ja, das. Also trotzdem krass, dass so, okay, Ferro 4-7 war durchgehend online und ist halt so ein Shisha-Cafe-Artist mit Platz 7, weil ich finde den Sprung zwischen Shindi und Ferro so krass. Ja, das stimmt. Ja. Luciano und Sambra, denke ich, ist schon eine gute Platzierung 5, also würde ich die auch da so sehen. Aber was mich wundert, Blackberry Sky, dass er es so krass auf 2 geschafft hat. Ja, da siehst du, Enno, wenn er rumsingt, ist er sowieso, denke ich, sehr gut gelistet in jeder Playlist. Und der ist ja, das ist halt so eine Single, die halt oft gehört wird. Genau. Aber nicht so oft wie Sherry Lady. Platz 2 ist safe gut. Und wäre Capi nicht da, wäre es seine, ich weiß gar nicht, hat der Solo mal eine Nummer 1 geholt, Enno? Mercedes oder so? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber nur halt, ich weiß nur Ferrari mit Mero. Ja, das war ja safe 1, aber Solo glaube ich nicht. Ja, genau. Enno, Capital und, was war das noch? Roly Glitzer, Glitzer mit Luciano. Ja, genau. Das war auch auf Platz 1. Aber ich glaube, Solo hatte da noch keine 1. Wenn nicht, Mercedes auf 1 war. Aber ich glaube, das war so ein Spätzünder, der am Anfang so lala lief und dann immer hochgeklettert ist. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so Freestyle. Ich kann ja mal die Fresh-Aless-Scores noch rausgeben. Juju kam mit Hardcore High bei euch Fresh an mit 71%. Shindy war mit Affalterbach das Fresh of the Week und hat wieder 92% gemacht. Dodi war auch mit 92% auf Platz 1 aktuell in diesem Jahr. Ferro 47 ist mit Puerto Rico Lech weggekommen, hat 31% gemacht. Luciano und Samra mit Ja Salame ist auch ein Fresh mit 81%. Enno mit Blackberry Sky ist ein Lech geworden, 37%. und Capital Bra mit Sherry Lady. Auch ein Lech mit 29% und auch der Lech der Woche oder das Lech der Woche. Lech. Aber man muss sagen, Sherry Lady das meist gestreamte Dings wie, also Rekord gebrochen, meist gestreamte Song in der Woche. Wer war davor? Weißt du, wer davor die 1 war? Boah, 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 was war davor die 1? Nee, nicht Mero, warte. Doch, ne? Doch, 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 Mero, genau, Mero. Mero muss das gewesen sein. War das Wolke 10, Baller los, was war das? Ja, ich glaube, ich denke mal Wolke 10, glaube ich, war das. Irgendwie sowas. Wenn das mich nicht enttäuscht, aber auf jeden Fall war das Mero und jetzt hat Capital ihn wieder mal übertrumpft und jetzt das mit Sherry Lady. Ja, krasse Sache. 11,5 Millionen irgendwie, glaube ich. Üff, das ist eine stabile Zeit, ne? Jupp. Da kann man nix sagen, aber die Community sagt Lesch die nun mal. Sherry Lady Lesch, Blackberry Sky Lesch, also die Top, oder sagen wir die Shisha-Rappers, sind alle irgendwie Lesch weggekommen und der Rest irgendwie fresh. Die Pop-Songs im Hip-Hop. Ist so. Dann gehen wir aber weiter zu den Updates. Ich habe jedoch Top 10 Updates. Der Mero ist mit JJ von der 5 runter auf die 10 gerutscht. Shirin befindet sich mit Gib ihm aktuell auf der 6, äh 9, war vorher auf der 6, Casey Rebel ist von der 4 runter auf die 8 gerutscht mit Alain. Ufo 361 ist mit Pass auf, wen du liebst, von der 3 runter auf die 6 gerutscht. Kapita Bra und Samra mit Wir ticken von der 1 runter auf die 4 und Mero mit Wolke 10 von der 2 runter auf die 3. Alter, die halten sich noch voll gut, die Nummern alle, ne? Übertrieben. Wolke 10, übelst. Ja, vor allem so Wolke 10, kleiner Sprung, Gibbeam ist immer noch ein Top 10. Übel. Das ist schon stabil, ey. Und das ist die 6. Woche von Shirin David. Hälftig, Alter. Muss man schon sagen, krass, 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 war? Ja. Die ist das Single schon angesagt. Ja, stimmt. Und die ist auch noch am Start, war? Ufo 361 in den Top 10. Ist so. Ich hätte gedacht, die ist Single schon tot, Alter. Aber die ist immer noch Top 10. Ja, aber ich höre das gar nicht, war? Ne, gar nicht. Gar nicht. Ich muss mich hier auch nochmal entschuldigen, manchmal putze ich einfach zwischendrin meine Nase, sonst wird es so extrem. Ey. Einfach nur Anmerkung diese. Aber ja, du sagst es, Ufo 361 wäre für mich auch so eine Nummer nach der ersten Woche nicht mehr gehört, aber ja, ist immer noch mit Platz 6 gut platziert, Alter. Ja. Hast du noch was zu den Charts oder sollen wir weitergehen? Ne, wir können weitergehen. Wir können weitergehen und sprechen mal über die News-Themen, die wir uns heute niedergeschrieben haben. Die erste Headline ist, Sugar MMFK wird abgeschoben. Haben wahrscheinlich alle mitbekommen, dass der Sugar MMFK aufgrund alter Gesetzeswidrigkeiten, ich glaube, so sagt man es, ja, am 26. April spätestens das Land verlassen muss. Ich weiß nicht, ob die, weißt du, ob die explizit von Angola gesprochen haben oder einfach nur gesagt haben, raus hier. Ich glaube, also soweit ich weiß, denke ich, also ist das Angola. Angola, ne, ja. Ja. Wahrscheinlich, weil das irgendwie passtechnisch irgendwie bei ihm so ist. Also Sugar MMFK muss sich bis zum 26. April aus diesem Land befinden, begeben und das hat natürlich für Aufruhr in der deutschen Rap-Szene gesorgt. Es gab eine Petition, Petition, ne? Denken. Ich wollte schon Spedition sagen, aber es war eine Petition, wurde von sehr vielen Leuten unterschrieben, beziehungsweise die angepeilte Summe an Menschen, die die unterschreiben sollte, wurde übertrumpft und damit merkt man auf jeden Fall, dass da eine große Gegenwelle gegen diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist. Grundsätzlich können wir das Thema mal ausdiskutieren, ob es korrekt ist, einen jungen Mann, der in einem Land geboren ist und aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist und Sonstiges aufgrund alter Gesetzeswidrigkeiten abzuschieben. Was sagst du zu der Thematik? Stell dir vor, du bist hier in diesem Land geboren worden, bist hier zur Schule gegangen, hast hier sogar gearbeitet und dann sagt man dir, ja, nee, geh mal jetzt raus, wir wollen dich nicht hier, du hast zu viele Straftaten. Findest du das korrekt oder was sagst du dazu? Nee, also ich will es ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht korrekt. In dem Sinne, wenn, man sieht es ja schon, du sagst es ja schon, du bist hier geboren, du hast deinen Lebensgang sozusagen schon hier, du bist, also du bist nicht von irgendwo her gekommen und hast dann mit 10 oder 11 oder 15 irgendwie dein Leben dann angefangen hier aufzubauen, sondern du bist hier einfach geboren. Du hast die Staatsangehörigkeit vielleicht Angola, aber im Endeffekt bist du sowieso Deutscher, okay. Du kennst ja nichts anderes, du kennst nichts anderes, du kennst nichts anderes, also der Staat weiß es ja auch, dass du nichts anderes kennst. Ja. So, dann finde ich das halt, dass man dich halt auch behandelt kann, wie ein Deutscher, auch wenn du zum Beispiel, also der einen deutschen Pass hat sozusagen, dass wenn du in der Vergangenheit viel missgebaut hast und so, dass du klar deine Straftaten verbüßen musst und alles und so, aber dass du dich, dass du dann nicht direkt abgeschoben wirst, so würde ich das sagen, so ne. Ich weiß, also wenn ich in der Lage wäre, so weißt du, weil für mich wäre das eine heftige Nachricht, dass man dann sagt so, ja ey, du wirst jetzt abgeschoben, so du musst jetzt 26. April deine Sachen packen und tschüss, das wäre für mich das Schlimmste, was es gibt, so das wäre ja schlimmer als wenn man sagt, du musst ins Gefängnis für ein, zwei Jahre oder so, weil ich weiß nicht, wie das abläuft, ob du dann nach paar Jahren, wenn irgendwie vielleicht wieder was einreichen kannst, dass du wieder in das Land eintreffen kannst oder hier wieder leben kannst, ich weiß nicht, wie das ist so, weil ich bin hier geboren, hab die deutsche Staatsangehörigkeit, kenn mich da nicht so aus, aber wenn das dann so sein sollte, okay, dann würde ich das nach ein paar Jahren wieder versuchen, aber wenn es so ist, dass du wirklich gar keine Chance mehr hast, hier reinzukommen, dann ist das das Schlimmste als wenn du im Gefängnis bist, wenn du hier geboren bist und so einen Leben gegangen hast, so wie Sugar MFK oder wie du jetzt mich als Beispiel genommen hast, oder was sagst du, wie siehst du das dann jetzt? Ich sehe es genauso wie du, weil ich hätte vorher noch nicht mal gewusst, dass das überhaupt möglich ist, dass du hier geboren bist und dies, das und man dich trotzdem abschieben kann in ein Land, wo du noch nie warst, so das, ich dachte, das geht irgendwie nicht oder so, dass man da irgendwie abgesichert ist, ab dem Zeitpunkt, wenn man auf deutschen Boden quasi geboren wurde, so mäßig, aber krass, dass man das einfach so durchziehen kann, es gibt zu dem Fall leider keine Details, weil man muss ja natürlich auch irgendwie ja Kontext dazu haben und wissen, warum jetzt die Entscheidung kommt, dass er abgeschoben wird, ob diese, weiß was ich, Straftaten wirklich so schwerwiegend sind, dass er abgeschoben werden muss, wir wissen ja nicht, weswegen er abgeschoben wird, aber so einfach, wie es auf Papier klingt, klingt es erstmal falsch einfach, so grundsätzlich, so denke ich mir so, hä, es gibt tausend andere Lösungen, die man da machen kann, als jemanden direkt dem ganzen Land zu verweisen und ihn quasi auch von seiner Familie zu trennen, weil ich denke mal, seine Eltern und so leben noch hier und er wird dann als Einzelner dann abgeschoben und soll dann zusehen, wie er da zurechtkommt, in einem Land, wo er noch nie war, so mäßig. Okay, er ist 26 Jahre, er ist erwachsen und so, aber trotzdem, es ist, ich kann mir das nicht vorstellen, in der Situation, vor allem er noch als Sonderfall, der als deutscher Rap-Musiker aktuell jetzt sogar ein Label führt und auch mit Musik sein Geld verdient und ich glaube, er hat es auch mehrmals gesagt, dass er inzwischen genug Steuergeld zahlt, um ja quasi genug Argumente dafür zu haben, hier im Land zu bleiben und dann kommt trotzdem sowas so stumpfes, so, ja, geh mal jetzt weg. Ich bin sehr interessiert daran, wie das Ganze weiterläuft, aber zum aktuellen Stand können wir als Außenstehende nur diese Petition unterschreiben quasi und den Fall weiter beobachten. Deswegen packe ich das Ganze auch unten in die Beschreibung, könnt da auch dann unterschreiben, falls ihr es noch nicht gemacht seid und auch der Überzeugung seid, dass diese Entscheidung falsch ist, macht das Ganze, denn ich finde, mit dieser Sache und vor allem soll man auch in dem Zusammenhang sagen, dass er jetzt zwar eine öffentliche Person ist und man das Ganze mitkriegt, aber das scheinbar auch oft mit ganz unbekannten Leuten passiert, die dann halt auch einfach dem Land verwiesen werden und vielleicht jetzt nicht anwaltstechnisch den besten Rücken haben und dagegen halten können und dann einfach das machen, so, weißt du. Also ich muss mir jetzt quasi vorstellen, wie viele Fälle jetzt einfach so ausgehen, wo du sagst, ja, krass, Brief ist da, ja, 26. April muss ich weg, ja, lass mal Flugticket buchen. Ich habe keine Chance, was soll ich machen? Das ist halt tragisch und ich finde, anhand von so einem Fall kann man vielleicht irgendwie so eine Veränderung provozieren, deswegen geht da auf den Link unten drauf, hinterlasst eure Unterschrift, eure digitale und setzt da ein Zeichen auf jeden Fall. Free Sugar MMFK. Ja, Mann, ey, wirklich free Sugar MMFK. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ich dachte, oder, also ich dachte immer, das wäre so, dass wenn du zu viel Mist gebaut hast oder so, dass du vielleicht nicht die deutsche Staatsangehörigkeit mehr kriegst, aber dass du sofort dann so abgewiesen wirst, obwohl du hier geboren bist, das wusste ich nicht, also das ist auch krass. Ja, stimmt, weil das, ja, das stimmt, weil das habe ich auch so im Ähnlichen so, also die Fälle gibst, wo du halt voll viel Scheiße baust und die sagen, ja, der deutsche Pass wird jetzt auf keinst mehr irgendwie, dass die das einfach so kann, kann man dann auch verstehen. Selbst bei dem Fall so, wäre das dann eine Entscheidung, wo ich als Außenstehender jetzt nicht unbedingt sagen würde, oh mein Gott, was hast du da gemacht, was machen die da so, deswegen, aber abschieben, das ist echt krass. Ja. Ne, das ist, ja, vor allem bei, ja, das ist 26 Jahre alt, so, da gibt es tausend andere Sachen, die man machen kann. Machen wir weiter zum nächsten Thema. Jo, normal. Oder haben sie noch was zu dieser Sugar M&M? Nein, nein, zu diesem Thema habe ich nichts. Alles klar. So, dann haben wir als nächstes und letztes News-Thema die Headline, Azad, der Boss 2 kommt am 24.05.2019. Ja, Azad hat auf Instagram, glaube ich, sein nächstes Album angekündigt und dieses Album wird den Titel der Boss 2 tragen und da können wir vielleicht mal ein bisschen ausdiskutieren, ob wir jetzt mit dem Albumtitel gewisse Erwartungshaltungen haben oder eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ich muss mir jetzt erstmal hier die Tracklist angucken, was so auf der Boss los war, weil, um ehrlich zu sein, habe ich das Album jetzt direkt nicht so im Kopf, was da alles drauf war. Aber jetzt, wo ich schon die ersten Tracks sehe, ja, da wird die Erwartungshaltung schon hoch sein, weil wenn ich hier jetzt sehe, Track 6 ist Phoenix, das ist ein Klassiker, Kopf hoch mit Jones, mal ist auch ein Klassiker. Oder, was sagst du, der Boss 2, wird das so ein Ding wie Leben 2, weil für mich war Leben 2 eine kleine Enttäuschung, eigentlich eine große sogar, oder wird das so ein Ding, wo du sagst, Alter, damit wird Azad ein Zeichen setzen. Er müsste damit sogar, glaube ich, ein Zeichen setzen. Ja. Sage ich mal so, durch der Boss 2. Das ist schon eine hinterlassende Spur gewesen, der Boss. Ja. Deswegen, der Boss 2 muss das sozusagen ein bisschen übertrumpfen und ich glaube, er wollte ja nicht mehr diese Trap-Schiene so fahren. Ja. Und das spiegelt sich dann halt bei Der Boss wieder und dann bin ich mal sehr gespannt, was er da rausbringt. Also, Der Boss 2, gib ihm. Der Boss 2, gib ihm, ja, Mann. Aber ich sehe jetzt auch gerade so, jetzt habe ich das Album richtig auf Schirm, weil das ist ein stabiles Album, Alter. Da ist auch das, mein Blog drauf, siehst du Track 4? Ja. Mein Blog da, wo da quasi Sido auch gedisst hat mit. Ja. Das war ja zu der Zeit, wo er ihm auf die Schnauze gehauen hat, oder? Nee, das müsste ein bisschen später danach gewesen sein. Ich glaube, das war danach. Ja. Da war so Beef-Zeiten zwischen Azad und Agro Berlin, so ein bisschen. Auf jeden Fall Real Beef aber. Real Beef, ja, auf Splash. Ich weiß nicht, auf Splash oder... Ich glaube, das war sogar Splash, oder? Es müsste Splash gewesen sein, ja. Ich glaube, da habe ich Sido zum ersten Mal ohne Maske gesehen, weil die Bravo das einfach so gedruckt hat, wie er seine Wange einfach so hält und auf Schnauze gekriegt hat. Da dachte ich auch so, so sieht Sido aus. Ist so. Ja, Mann. Aber ja, wie man sieht hier, Intro, dann kommt der Boss, dann kommt Flea, mein Blog, Phoenix, Alter, Phoenix ist schon, das ist eine Ansage. Also da müssen auf jeden Fall Klassiker jetzt, also die nächsten Klassiker müssen auf dem Album jetzt drauf sein, weil wenn du dir jetzt Leben 2 anguckst, ist da noch irgendwas in deinem Kopf hängen geblieben aus dem Album? Leben 2, nein. Leben 2, das war das erste Album, glaube ich, nach seiner langen Pause. Oder? Leben 2? Nee, ist mir nichts im Kopf. Weil so ein Dreh ab, Dreh ab. War das auf Dings? War das auf Leben 2 oder auf Next Level? Ja, Leben 2 war das. Okay, da gab es noch ein paar Tracks so. Dreh ab, Dreh ab, Dreh ab, Dreh ab. Aber ich bin gespannt. Mich würde es auch freuen, wenn er jetzt zum Beispiel wegen der Boss 2 einfach auch Jones mal nochmal anhauen würde und nochmal so eine Nummer machen würde und ihn eine Hook singen lassen würde. Ich glaube, ich habe achtmal Würde gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wir wissen, was du meinst. Also der Boss 2, was Datum? Ich muss nochmal nachlesen. 24.05.2019 einfach abwarten, Tee trinken und mal schauen, was sich auf dem Nachfolger befindet und ob der Nachfolger mithalten kann. Sollen wir endlich zu den Releases kommen? Auf jeden. Noch kleine Anmerkungen, Boch, noch kleine Anmerkungen zu dieser Ausgabe. Wir lassen bewusst die Themen, die diese Woche passiert sind, aus. Also das, was vom Montag bis zum jetzigen Release-Datum passiert ist, wird erst in der darauffolgenden Release-Folge von der beste Podcast meines Lebens besprochen. So, kommen wir zu den Releases und starten natürlich mit den Singles und da haben wir an erster Stelle Adiam Boyupi mit Sina. Eigentlich eine komplette Pop-Nummer, muss man ehrlich sagen, weil Adiam Boyupi ja auch Ex-DSDS-Kandidat und damit auch eigentlich ein purer Gesangsartist ist. Aber eine Nummer, die man natürlich im Rap oder in der Deutsch-Rap-Szene mitbekommt und dementsprechend lass mal drüber quatschen. Adiam Boyupi, Sina, was sagst du? Top oder Flop? Fresh oder Lesch? Oder okay. Oder okay, ja. Sag mal. Ja, also dafür, dass er in DSDS war und ich hab den jetzt nicht so krass auf dem Schirm er war auch auf dem Feature mit Gent glaube ich oder war das nicht so? Ja, der ist auch für Kalle. Ja, ja, Also Kalle war ein so ein okay Track obwohl die das gesampelt haben 1 zu 1 sozusagen. Ich ziehe an der Ziganne. und hier der Track würde ich mal dem auch wie so ein DSDS-Künstler auch einem okay geben obwohl das jetzt richtig popmäßig gesungen ist aber ich würde dem einen okay geben weil wie so ein DSDS-Künstler so Ja Also ja das Ding ist halt ich weiß nicht muss man den jetzt so als DSDS-Künstler bewerten oder einfach weil das ist so weit in der Vergangenheit Das weiß ich jetzt auch nicht aber ich sehe den halt so wie so ein DSDS-Künstler obwohl der jetzt ein bisschen eine andere Schiene fährt Ja Also auch so Pietro Lombardi mäßig der ist ja auch DSDS so Ja genau Ich würde den so auf so eine Stufe setzen weil ich könnte nicht sagen der ist jetzt voller Rapper oder voller Hip-Hopper Ne stimmt schon Ne sowieso der macht ja auch RB oder Pop oder was das ist Ja Deswegen Also der Track ist ich würde den jetzt nicht öfters anhören aber ich finde der ist solide okay Beat ging klar Ja Textmäßig war jetzt nicht so pralle aber der war jetzt nicht so war jetzt nicht so läsch Ne läsch war er nicht aber ich würde trotzdem Tendenz zu läsch geben weil das ist eine Nummer die mir persönlich nichts gibt so weil das ist halt Beat so Jahr 2019 Spotify Playlist du wirst platziert mäßig alles gemacht so und das ist halt so eine Nummer mit der holst du mich nicht ab deswegen müsste ich da okay mit Tendenz zu läsch geben der ist natürlich vocal technisch hat der was drauf oder beziehungsweise hat der ja stimmlich auf jeden Fall so seine Fähigkeiten aber musikalisch ist das nicht so mein Bier deswegen würde ich da ein okay mit einer Tendenz zu läsch geben okidoki dann gehen wir weiter zum Gesangsartist Fusi mit wie gewohnt der gibt ja in letzter Zeit ein bisschen Gas ich glaube der ist zum dritten Mal hier im Podcast diesmal wieder Solo mit wie gewohnt und das ist auch wieder so eine Spotify Playlist Nummer die ne der kann ich nichts abgewinnen die würde ich sogar noch einen Ticken schlechter als die Single von Adrian Bujubi bewerten das hast du also bei mir ist es definitiv ein Lech ja das ist auch ein Lech also das war auch so eine Nummer die habe ich beim ersten Mal als ich die gehört habe wollte ich die ab der Hälfte eigentlich schon weg machen aber Podcast zweck habe ich natürlich durchlaufen lassen und jedes Mal wenn die dran kam zack weg nichts für mich ich weiß nicht Fusi ist im Generell glaube ich einfach nichts für mich weil auch sein Magnum oder das mit ne das war ja mit Kurdo oder das was das was danach kam war okay habe ich ja gesagt aber das hier wieder ne lass mal du hast auch Lech gesagt ja auf jeden Fall Lech ja dann machen wir direkt einen Switch weiter und gehen da zu Bowser und da kommt er mit Mary Mary und so wie das alles klingt klingt das schon sehr verdächtig nach so ein bisschen Dings ne als ob der so denkt ja ich brauche so langsam mal einen Nachfolger für was du Liebe nennst und will die nächste Diamantplatte holen meinst du das damit hat er gute Karten oder geht also ich denke nicht damit also ich denke nicht dass er damit gute Karten hat ne aber obwohl der Track ist jetzt nicht so schlecht was geht ab der Track ist jetzt nicht so schlecht der ist so ein Ohrwurm aber ich finde sein Chorus geht viel zu lange ja stimmt viel zu lange dieses am Anfang ich dachte wann kommt der Part endlich geht doch voll lange ja was geht das geht echt lange ja ich glaube ja ne weil der hat ja auch so ein Prechorus mit Dings in meiner Stadt gibt es kein Uber aber der ist echt gut geschrieben der Song also dafür dass das so ein austauschbarer Liebessong ist von der Thematik her zeigt sich auf jeden Fall die Kreativität von Bowser in der Schreibe weil der ist ein guter Schreiber der kann gute Songs schreiben und das ist jetzt auch eher wieder die Sparte die ich gut finde und nicht dieses Vagabund Zeug wo ich sage Alter jetzt übertreibst du mit deinem Schlager Ding sondern Mary hat mir eigentlich zugesagt der Beat ist nice Text finde ich sehr gut aber ja irgendwie zieht er sich und vielleicht liegt es daran was du sagst die Hook ist hier vielleicht zu lang geraten oder so ja ich bin zu lang deswegen gebe ich dem eine okay Tendenz zu fresh kann man eigentlich fresh Tendenz zu okay geben kann man ja weiß ich ja nicht weiß ich nicht entweder ja kann man eigentlich ja doch weil fresh ist das überwiegende genau genau weil fresh ist da mehr überwiegend aber es ist noch ein bisschen so also so ja okay ich würde umgekehrt fresh Tendenz zu okay geben ich wollte schon nicht sein fresh Tendenz ja oder gebe ich auch so weil das ist wirklich nur wegen der Länge und der Hook mäßig so ich finde diesen deswegen gebe ich dem ein Minus sozusagen aber so an sich ich würde den Track trotzdem rauf und runter hören aber ein Hit wie was du äh Dings Liebe nennst oder ne wird es nicht ne ne glaube ich auch nicht das wird er nicht mehr toppen glaube ich das ist zu schwer ich weiß nicht ich dachte das erste Mal mit diesem Track hier äh Fick my life my life dachte ich das wird ja schon wieder so ein Hit werden aber irgendwie ist das nicht so gut hier angekommen was heißt nicht so gut aber nicht so krass angekommen und deswegen Vagabund dachte er hätte ich glaube ich auch dass er dachte das wird ein Hit ja glaube ich auch weil das so wirklich Kinderlied ist so richtig leicht geschrieben aber ich glaube was du Liebe nennst da hat einfach alles gestimmt so und ich weiß nicht ob der das genau so nochmal hinkriegt also Mary ist so nee eher nicht aber guter Versuch ich bin gespannt auf seinen Release auf jeden Fall ja Fieber heißt das Album was rauskommt Fieber okay weißt du von wann das kommt nein weiß ich nicht ich hab nur ah ich hab nur diese Dings hast du dieses Karaoke Video gesehen von dem und Kapo nein Kapo hat jetzt irgendwie so ein Auto-Interview-Format und da war er mit Bowser und die haben da so Songs gehört und so und da meinte er glaube ich dass sein Album bald kommt aber ich weiß nicht mehr ob er Datum rausgehauen hat aber auf jeden Fall ja ich bin gespannt auf den Nachfolger von Drei Farben Haus ey weiter im Text Nico Nuevo featuring Jalil und Sinan G und Emo 030 mit jeder ich dachte Nico Nuevo wollte schon vor geführten acht Wochen sein Album releasen es ist immer noch nicht raus und es kommen weitere Singles was sagst du ist das eine weitere Single die dich nochmal heiß auf dieses Release macht oder ist das eine austauschbare Single was sagst du also ich finde das ist eine austauschbare Single Single nur halt durch die Feature ist die ein bisschen äh herausgestochener aber irgendwie diese Art von der Single ist nicht viel anders als ein Mannschaft Singles die er hat finde ich ja total der hat immer den selben Bounce dieses immer dieses Cripwalk Tempo und dann der Bounce wo du so mit den Schultern so weißt du diese Clubmucke einfach dieses immer ja stimmt schon das hat wieder den ähnlichen Vibe ja und ich finde Emo 030 hat sich gar nicht so viel also weicht gar nicht so viel aus wie von Nico Nuevo die Stimme irgendwie am Anfang als ich das auch zum ersten Mal gehört habe dachte ich einfach so ja das ist halt Jalil, Nico Nuevo und Sinan G dann gucke ich drauf Emo 030 ist drauf dann ach so im Video dann erst gecheckt ja das klingt wirklich so weil er auch so singt wie er so hoch so keine Ahnung ja was sagst du zu der Gesangspassage von Jalil ich mag das nicht so wenn er singt wie findest du das ne ich auch nicht so hat er versucht ne ja hat er auch oft auf seinem Black Panther Album versucht ich mochte diese R'n'B Sachen die er auf dem Album gemacht hat nicht so deswegen habe ich dementsprechend auch das hier bei dem Track so gefunden aber im Insgesamten fand ich überraschenderweise Sinan G ganz vernünftig sein Part ich wollte gerade fragen wie findest du Sinan G weil ich fand den glaube ich einer der Besten da drauf der hat raptechnisch gut auf jeden Fall ein paar gute Reime gehabt und so der hat gute irgendwie doch schon aber ich finde irgendwie seine immer wenn er performt diese Stimme einfach das ist einfach so das ist einfach so Entertainment mäßig ich muss zugeben ich kann das nicht immer so ganz ernst nehmen einfach ich weiß nicht warum die Stimme einfach aber ist auf jeden Fall im Insgesamten so ein Okay Track ja auf jeden Fall okay ist okay ist okay ist solide dann gehen wir weiter zu diesen kannst du den Namen lesen ich hab das letzte Mal beim Podcast schon versucht aber dann einfach Buschabiert Skipter Skipter oder was achso ja Skipter ist ja gar nicht so schwer Skipter mit Radisson Blue boah da musst du mir helfen wie ging der Track nochmal ich weiß nicht ich weiß nur dass auf jeden Fall diese diese Hook so oder im Insgesamt war das so eine Clubnummer aber ohne Witz ich müsste da selber mal gerade reinhören und mal schauen wie das so ist Alter ey ich auch glaube ich müsste ich einmal da reinhören um zu schauen wie der ist aber da merkt man schon erste Anzeichen ist vorhin nicht so hängen geblieben ja aber kann auch sein dass der Künstler auch so äh äh schickt äh doch letzte Woche oder vorletzte Woche kam doch auch ein Track von dem ja mit Features glaube ich ne ja ach so ach so ich sitze im Red ist im Blue ja war okay war okay war okay ne aber war die Parts waren voll austauschbar das wurde in der Hook immer erst besser ich hab immer in der Hook gedacht so ah ist chillig aber dann wurde der Partsgraber dachte so ja komm auf den Punkt jetzt also ja ja ein bisschen austauschbar die Parts ja genau so würde ich es auch machen und wir gehen weiter von Schickda zu Schickda zu K1 mit Band le 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 K1 ist zurück diesmal Solo und wir schauen mal ja le 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 schauen wir mal ob der K1 Solo technisch auch wieder so Single Erfolg gefeiert weil mit Pietro Lombardi ging gut ab und mit dem Dieter Bullen Ding okay war auch ein Solo Track aber mit Dieter Bullen Sample quasi aber ja genau meinst du der mit Bandly wieder gute Karten charttechnisch gut durchzugehen oder durchzustarten das ist irgendwie auf White Shirt ja das ist so das Standard von K1 oder nicht würde ich mal so sagen ja also vor allem wenn du ihn so magst wie er immer rappt oder so seine Hits macht dann wirst du diesen Track mögen aber wenn du so einer bist der keine Lust mehr auf diese Tracks oder so auf diese Art und Weise wie K1 es macht dann findest du diesen Track Lech und ich bin der von der Sorte der das so Lech findet so weil ich so ich kenne zu viele Tracks die so sind wie er die da aufgebaut hat so weißt du was ich meine entweder der sagt Dom Perignon oder er nennt er sagt Louis Vuitton oder irgendwas irgendeine Marke oder so und rappt irgendwas was nicht so jetzt so Sinn macht einfach rein flexen dies das verführt eine Frau in den Parts verführt er immer eine Frau und redet davon was sie da machen im Urlaub und im Chorus ist dann irgendwas mit einem Markenname Auto Marke oder ja ist immer so das ist das Rezept K1 aber ich muss ehrlich sagen ist okay für K1 Verhältnisse ist das ein guter Track weil ich ich kann das nicht ab wenn K1 immer so dieses weil wir wissen alle er kann rappen aber er schreibt Freestyle Texte sehr oft so du weißt ja der hat den Text in zwei Minuten geschrieben so und bei dem Track habe ich erstmal so das Gefühl dass er sich ein bisschen mehr Zeit genau macht bei den Parts weil der da reimtechnisch und vor allem auch thematisch mehr on point ist und sowas deswegen würde ich da ein stabiles Okay rausgeben und das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich für meine Verhältnisse weil sonst ist es bei K1 immer so ich muss die Produktion kritisieren oder sonst was aber der Beat ist vernünftig obwohl es so ein austauschbarer Spotify Sommer Beat ist aber im Insgesamt kann ich da auf jeden Fall ein Okay rausgeben was sagst du? Ja ich würde auch Okay zu Tendenz Lash geben Bentlelelele Kamentelele Ne egal ich würde mal sagen können wir eigentlich weitergehen weil mehr würde ich nicht so dazu sagen Okay dann gehen wir mal weiter zu Shaba Ortak ich hoffe ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen Featuring Rav Camorra mit Bis Dato Was geht denn bei dir da zu Hause ab? Ja So ein Schreit da rum Action Ich glaube den kann ich auch nicht stumm machen den geht nicht zum Stumm Aber sag mal wie findest du Shoutouts Ja Shoutouts Bis Dato wie findest du die Combo und den Song ich fand das war so ich weiß nicht ich habe diese Shaba Ortak gar nicht auf dem Schirm gehabt kennst du den? Ich auch nicht deswegen hat mich das gewundert direkt Feature mit Rav ich denke mal das ist so ein Balkan Typ oder so ein Bosnier oder sowas Bestimmt der gut connected ist mit Rav weil der hat da auf jeden Fall seine Bosnier Connections immer und vielleicht ist er ja da eine große Nummer aber er rappt ja auf Deutsch ne? zum Großteil der hat da zwar so bosnische oder serbische Passagen wenn ich das so beurteilen kann aber insgesamt ist es ein deutscher Song der aber ich würde da nicht über ein Okay gehen das so ja ist okay ist okay ist einfach okay ist okay sonst kann man da eigentlich nichts zu sagen das war jetzt auch nicht so das war eigentlich so okay wo man den Beat hört und wo er anfängt merkt man okay das ist die Album Nummer die du holst um Rav drauf mitzuholen weil der Beat so auch Rav-Vibe sein ja ja ist so hätte auch von ihm sein können gehen wir weiter zu Sami featuring King Khalil mit Andale 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 ist auf jeden Fall schon eine harte Kombo ja aber bei mir ist das auf jeden Fall Lech oder nicht das ist stabil bei mir ist es auf jeden Fall Lech unfassbar Lech und ich glaube ich höre das Album ich bin der Kill was sagt der da nochmal ey der reimt da warte mal der hat da einen heftigen Reim da rausgeholt äh Gehirn auf irgendwas Alter das war richtig Film jetzt will ich das nochmal sehen Andale aber der hat da auch irgendwie was der so oft sagt Outfit Outfit im Benz Benz kommt auch immer vor im Benz ja genau Benz aufs Gehirn schneid die Seiten aufs Gehirn warte warte die Seiten sind auf null bis zu mein Gehirn ich werde niemals clean dicker ah ne warte mal hä wo ist der Reim ja genau ich glaube das war das Gehirn auf clean oder warte ich werde niemals clean Digga niemals clean nein 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 so ha Kuckoo Team dicker Kuckoo Team die Seiten sind null bis zu mein Gehirn genau Team auf Gehirn war das was so übelst gestochen hat in meinem Ohr das war brr ja ah hier da die ist auch filmt da sagt er auch irgendwie so dieses ah meine Hautfarbe kriminell kriminell so oft welchen Reim hat er genommen auf kriminell nein nein aber ich meine damit guck mal nein ich sagte dieses Wort benutzt er voll oft so immer der hat doch glaube ich so einen Track wie das heißt kriminell oder nicht im T-Shirt von kriminell nein aber ja von der Waage auf die Hoppstraße in dein Head immer wenn es ausartet geht es schnell schnell Head boah die Reime sind Filme aus den Mercedes-Benz ja respektvolle Jungs hä ah gesund Cartoon Fool Red Bull High Ein boah die Reime von ihm sind schon Filme auf mein Gehirn auf jeden Fall er schneidet die Seiten bis zum Gehirn für mich auf jeden Fall war die Nummer die hat mein Gehirn verbrannt lass mal ein Lech ich glaube ich höre mir dieses Xabi Album nicht mal an das wirklich das voll anstrengt das richtig so dieses so das ist so so diese Popmusik die man früher richtig ekler fand so also die man einfach gehört hat weil das rief lauf und runter im Fernsehen so dieses hier wie hießen die nochmal diese mit dem Tanz ja so diese Last Ketchup Last Ketchup so diese Popart so macht Sami glaube ich so diese also so wirken seine seine Popnummern Porsche Panamera auch und so die Beats Katastrophe alles richtig kindlich anstrengend ne mag ich nicht ist für mich ein Lech ja für mich ist der Truck auch ein Lech oh machen wir weiter zu Kalim und Nemo ja Kalim featuring Nemo mit bis zum drei wird das das erste Fresh ich weiß gar nicht ob ich schon Fresh rausgegeben habe ein glattes aber das schon wenn die Nummer anfängt bam bam boom direkt Kalim Part dich 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 ja das ist geile Nummer einfach Ballert meinst du es auch Ballert auf jeden Fall aber Nemo ich finde Kalims Part besser als Nemo aber die Combo ist gut haben die davor schon mal zusammen gearbeitet nein gute Combo Alter ich finde es chillige Combo aber Kalim feiere ich auf jeden Fall tausendmal mehr als Nemo aber trotzdem ist der Track Fresh Beat Fresh Parts Fresh Kalim ist besser und ja Gesamtpaket Track Fresh ich finde auch Fresh Gesamtpaket Fresh ich denke mal das Album wird geil aber wieder zu kurz das fuck mich immer bei Kalim Album ab der macht zwei Minuten Tracks und dann elf Lieder ja ist so und hier ich frage mich ob bis zum drei eine Anspielung auf bis zum vier vom letzten Album ist ja ne wahrscheinlich ne von diesem bis zum vier bleib ich bei dir ist das okay und jetzt bis zum drei ist er mit Nemo und dann bis zum vier ist er mit dem keine Ahnung Crash von uns beiden gehen wir weiter zu Majo mit Barrio Majo ist zurück zuletzt mit seinem Frontalalbum Herbe gefloppt nach seinem Headtrick äh Einser Ding meinst du der hat jetzt wieder gute Karten wenn er so zurückkommt mit so einer Nummer Barrio oder findest du das ist eine austauschbare Majo Nummer also diese Nummer gab es schon auf der EP von Majo laber ja die war auf der EP doch von Majo glaube ich auf seiner letzten Dingsbox oder irgendwas war auf jeden Fall dieser Track glaube ich gab es auf einer EP ach so deswegen war das Cover bei Apple Music auch von Frontal einfach ne ja ja ach so ich hab das irgendwie nicht verstanden aber ich fand den Track eigentlich nicht schlecht ich fand es eigentlich nicht schlecht so von Majo ich find den Track auch geil ich find den sogar geil ja deswegen ja also von mir aus ich geb den auf jeden Fall ein Fresh weil da ist das ist wieder die Art von Majo die ich mag und der Track hat es genau auf den Punkt getroffen so also das ballert auf jeden Fall M-A-J-Ghetto-Boss ist so ja man und vor allem M-A-J-Ghetto feier ich bei dem Track der hat einen richtigen Verlauf weil Part 1 klingt so Platz 2 nochmal eine Steigerung auch im Beat und wie er rappt und so das hat im insgesamt auf jeden Fall richtig viel Gutes Barrio von Majo kriegt von mir auch ein Fresh und wie ich hab den Track gar nicht mitbekommen ich hör diese Bonus-EPs nie deswegen ist das für mich ein neuer Track gewesen von mir ein Fresh Fresh als nächstes haben wir Millionär Featuring Haftbefehl und Joker Bra mit Glitzer die Rolli die Glitzer die Zone die Glitzer die Glitzer die Glitzer die ähm ne warte mal wie ist der Track früher war es die Tasche sie glänzt ja genau glänzt jetzt ist glitzer und findest du aber ganz ehrlich Glitzer ist gut ich finde ich finde nur Joker Bra Part okay der Rest finde ich nicht gut ich fand Haftbefehl Part Katastrophe ich wusste es ich fand den richtig Katastrophe ehrlich muss ich zugeben weil ich fand den manchmal das war gar nicht im Takt zweitens der hat irgendwas gelabert wo ich dachte okay hey was ist das jetzt und dieser Übergang vom Part zum Chorus Katastrophe hat man gar nicht gemerkt was ist jetzt der Chorus ja weil Hafti den auch macht und rappt ne aber der hat da ja nicht mal so ne Pause oder irgendwie so nach dem Motto gemacht oh und dann kommt der Dings Chorus oder irgendwas die Stimmeinlage war auch gleich einfach von Chorus und seinem Part das war gleich ich hab gar nicht gemerkt wann der Chorus kam und dann kam Millionär und dann als Millionär sein Part fertig hatte dann kam Haftbefehl ach das war der Chorus deswegen aber als Joker Bar angefangen hat so und auch dem Video wo ich das gesehen wo er so die Cappy und hat dann dann so wie so Battle und dann der fängt wieder an so halt so nicht Punch aber so halt wie Battle so halt am Ende dann macht er wieder irgendwelche Faxen das fand ich ein bisschen krumm dafür dass dafür dass die anderen einen sehr abrupten Übergang zu Hook hatten hatte Joker Bar komischerweise übertrieben lange Pause zwischen Hook und ihm weiß ich auch nicht warum ja ja nach dem Motto so jetzt hier so wie so so ein Intro nach dem Motto jetzt kommt der Endgegner so nach dem Motto jetzt aufpassen Leute in the red corner so nach dem Motto keine Ahnung aber auf jeden Fall aber der Track ist für mich leider Läsch Oha okay jetzt kommt für mich ist der Läsch ehrlich weil ich fand ich fand den Läsch ich fand den Läsch jetzt kommt bei dir Fresh oder was ich hab den Track mit unter also von allen Tracks die die Woche kam hab ich den mit unter am meisten gehört ich feier den voll ne war ich fand den Läsch ey ich find den Beat mega ich find die Hook von Hafti mega ich find auch den Part von Hafti hast recht diese schnellen Passagen check ich auch nicht der macht das in letzter Zeit voll oft weil das hat der auch auf dem Mortell Album gemacht wo der so wasch dir mal lieber die Haare mit deiner Gildfrisur und dieses komische ich glaub als ob der sich noch mal ein muss wegrennt so mäßig das ist schon anstrengend aber irgendwie bei mir geht nicht da passiert so viel Gutes dass das wieder neutralisiert ist für mich Millionärs Part ist solide ich find die Hook von Hafti geil die ist oben im Sippen mit Pistole an der Hüfte das ist geil Mann ey das ist so richtig dieses Aslak Stereotyp mäßige finde ich auch Beat technisch und die Combo ist geil deswegen würde ich da eiskalten Fresh drauf machen Alter okay du Fresh ich lächel Alter ganz einfach ich find die schon nice ich hör die jetzt wahrscheinlich auch die Tage und Wochen immer noch bis zum Album sogar noch also so gut finde ich die deswegen bin ich auch überrascht aber ich hab mir gedacht ja du kommst auf diese Hafti Passage überhaupt nicht klar aber umso öfter ich den Track höre umso mehr kann ich drüber hinwegsehen muss ich sagen ey okay aber gehen wir weiter zu Jigsaw mit Mindset der da irgendwie von Jahr 2000 bis 2019 hochzählt und sagt was er in den Jahren gemacht hat das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben aber darüber hinaus musste ich doch feststellen dass das relativ austauschbar war und Jigsaw eventuell einfach nicht ein Künstler für mich ist also keine Ahnung sein Album war übertrieben anstrengend und das war jetzt eine Nummer die sogar ein bisschen besser wegkommt als die Albumtracks aber im Insgesamten so gehört und vergessen wie findest du die Nummer okay die Nummer ist okay für Jigsaw finde ich die ist auf jeden Fall okay also die war jetzt nicht Lesch ich fand den Beat war solide sein Part war also seine Parts waren solide ich gebe den ganzen Track auf jeden Fall ein okay ich würde Tendenz zu Lesch geben also okay Tendenz zu Lesch weil für Lesch wäre es ein bisschen zu eiskalt das wäre zu hart gewesen muss ich ehrlich zu sagen eiskalt Junge eiskalt wie das erste Album von Luciano weiter geht's zu Pay mit Hayat 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 Du warst ja ein Riesenfan von dieser Barrio Single ich glaube das ist jetzt die erste nach Barrio Geht's für dich weiter steil oder eher nach unten Naja also ich würde dann das also im Mittelbereich sehen ist nicht besser als Barrio aber ich sehe es als okay an weil der Track also der Chorus ist mir sehr im Kopf geblieben Hayat 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 Und ich fand eigentlich ich finde Pay nicht schlecht ich finde ihn eigentlich chillig der hat seine besondere Stimme und ja ich gebe denen auf jeden Fall ein okay vielleicht sogar okay Tendenz zu Fresh weil den Track werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal geben Hayat 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 Ich finde den okay das ist ein Song so der der nicht großartig aufgefallen ist in der Liste aber dafür dass er so austauschbar war für die Art Song ist er trotzdem noch gehört dazu der Kategorie gute Tracks so mäßig deswegen würde ich da ein okay aufdrücken also wie du sagst Pay hat's eigentlich drauf aber ich finde so es muss nicht immer so ein Spotify Sommerhit sein ich würde gerne wieder so was Hartes von dem habende Homo so allerdings dieses Handschellen war krass war das Handschellen? nein du legst mich in Handschellen war auch so ein Sommerding dieses andere da niemals mehr ein Hack da wo der rumschreit das war geil aber ja ist ein okay für mich okidoki weiter geht's mit Hannibal featuring Crime neues 385i Signing ist ja der Crime und jetzt auch hat er ein Album Placement auf Hannibals Fleischalbum die Single heißt Street Life und auf diesem Song hört man unter anderem auch Hannibals Beatbox aka Scratchkünste ich hab den Einstieg richtig gefeiert wie der reinkommt dieses oder so diese Mundgeräusche macht und diese DJ geile macht er glaube ich auch in der Hunde macht er in der Hunde auch DJ Geräusche Street Life Street Life genau Street Life Street Life Geiler Track. Geiler Track. Beide Parts feier. Ich finde den Dings rappt auf jeden Fall chillig, der Crime. Ja, der ist hungrig auf jeden Fall. Also ich sehe immer noch, dass er Potenzial auf jeden Fall nach oben hat. Luft nach oben. Der ist ja auch sehr jung noch. Deswegen, da ist noch viel zu holen. Deswegen, ich fand das auf jeden Fall chilliger Track auf jeden Fall. Ich gebe denen auf jeden Fall ein Fresh. Boah, wie oft ich auf jeden Fall gesagt habe. Fresh. Street Life. Street Life. Für mich gibt es auch ein Frickety Fresh. Frickety Fresh gibt es von mir auch. Und auch geil, dass Hannibal zwei Parts macht. Sonst sind die Kandidaten immer so, ich hole mir ein Feature, aber ich habe keinen Bock, die zweite Strophe zu schreiben. Er hat wahrscheinlich den Track Fert gehabt und gedacht, ach komm, Crime, machst du auch noch eine. Kann man auch so machen. Hannibal. Ist so. Gehen wir weiter zu Brudi 030 und Nate 57 mit Tom und Jerry. Ach, ich habe keine Lust. Was sagt er nochmal in der Hook? Dad, Dad, Dad. Ich weiß gar nicht. Ja, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall war das so Flow-technisch so eine typische Brudi 030 Hook. Ja, Tom und Jerry Räuber Gendarm. Hektik hinter uns, die Armjas gibt dir. Das ist die gleiche Form von Hook. Ja. Und er sagt auch bei der anderen Hook Tom und Jerry Räuber Gendarm. Irgendwie so. Das ist eigentlich so fast dasselbe so. Remix. Aber, ja, aber trotzdem, ich feiere diesen Track, ich feiere diesen Track, wa? Ja, die Kombos auch gut. Ja, ich gebe denen auf jeden Fall ein fresh Chicken. Ich würde den auch fresh geben. Kombo gut. Nate 57 wird jetzt dadurch wahrscheinlich ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit gerückt, so weil Brudi 030 so kleinen Hype hat, ne? Also Berlin technisch ist er bestimmt jetzt inzwischen sehr bekanntes Gesicht. Aber, ja, Nate 57, er Berlin, Hamburg, vereint. Bam. Geiles Ding. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ne, habe ich auch nicht gesehen. Das kam aber auch irgendwie voll, also jetzt irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie. Also nicht am Release Wochenende. Deswegen müsste ich das nochmal nachholen, ob die das videotechnisch auch geil eingefangen haben. Gehen wir weiter zu Massivs Signing Qualitäter. Also so heißt das Label von Massiv. Künstler ist Ramo. Seine zweite Single heißt Silberzahn. Und schon in der ersten Single haben wir ja ein Musikvideo gesehen, dass er einen Silberzahn hat. und das Ganze möchte er mit diesem Song feiern. Hat er das Ganze gut gefeiert oder ist das so? Ich weiß es jetzt auch wieder nicht, wie das war mit dem Silberzahn. Er hat auf jeden Fall wieder Waffengeräusche in der Hook wie massiv mit Chica Bam, Bam, Bam. Warte. Und das ist wieder auch so ein typischer. Achso, ich weiß schon was. Ich habe gehört schon ein bisschen. Ne, ne, gefiel mir nicht. Ne, das ist irgendwie austauschbar. Bei der ersten Single fand ich den noch interessant mit seinem Style, aber da war das so, da hat er mich ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein. Ja, mich auch, Alter. Bock nicht. Bock gar nicht, Alter. Also Lech wäre vielleicht ein bisschen viel, dafür fahre ich die Hook ein bisschen zu sehr. Also ich würde mich da okay mit einer Tendenz zu Lech geben. Was würdest du geben? Na, ich gebe dem, wenn er eine Lech Tendenz okay. Oh, ja okay. Dann machen wir das so. Ich glaube, der kam uns seine erste Single richtig schlecht auch bei der Community an. Das war auch überraschend. Mal gucken, wie der mit der zweiten Single ankommt. Aber wir gehen erst mal weiter zu Shadow 030 und seiner neuen Single Bandit. Und ich glaube, mit der Single müsste doch diese Dechos EP fast schon in voller Länge draußen sein, ne? Weil wie lang soll denn die EP sein? Der hat durch vier, fünf Songs schon raus, äh, ausgekoppelt. Und Bandit, Bandit. Bandit ist jetzt im späten Zeitraum so einer der Songs, die jetzt verglichen zu den anderen ein bisschen schwächer ist, aber trotzdem nicht schlecht ist. Was würdest du sagen? Ja, ich finde den Track eigentlich, äh, wie er diese Stimme wieder macht im Chorus, die ist Bandit, Bandit. Neun Millimeter, es macht Schuhe, Bandit, Bandit. Ich finde, dieser Aufbau vom Track ist chillig, wa? Ich würde den auf jeden Fall einen okay zu Tendenz fresh geben. Ja, das gleiche hätte ich auch gegeben. Und die anderen Nummern waren ja alle fresh, deswegen ist die auf jeden Fall nicht deutlich, aber bemerkbar schwächer, aber, oder hat mir weniger zugesagt, aber trotzdem nice. Dechos. Okay, Tendenz so fresh. Und danach haben wir die letzte Single, das ist die erste Obstand Single, Obstand 2 Single, muss ich sagen, ist ja zweiter Teil. Alex und Max will kommen mit Super Lemonade. Ich hatte eigentlich gedacht, die erste Single wird der Song, den die auf der Tour gespielt haben und dann ist es auf einmal der Trick. Ja, ja. Der war aber geil, der Track auf der Dings. Dö, 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 sexy, 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 dö, 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 balla, 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 mise. Ja, genau so war das. War es bei dir in der Halle eigentlich auch so, dass ein paar die Huk drauf halten? Ja, aber ich hatte die auch voll schnell drauf, das geht schnell. Ja, aber das Ding ist, die haben angefangen zu performen und ich hatte das Gefühl, die Halle kennt den Track schon. Und ich denke so, hä, why kennen die den Track? Snippet. Snippet. Ah, okay, ich höre keinen Snippet. Ja, das stimmt. Snippet ist schon draußen, ey. Aber da, als die Tour schon war? Also als wir? Ja. Ah, okay. Ah, okay, dann verstehe ich. Weil ich dachte so, Junge, weil kennen die alle die Huck? Aber geil. Ja. Was sagst du zu Super Lemon A's? Ist das jetzt besser als Super Lemon A's? Erste Single oder wäre die andere Single besser gewesen als erste? Die ist auch gut, ey. Ich finde die Single sehr, sehr geil. Alle rufen, alle rufen, alle rufen, alle rufen. Für mich ist das ein Hit, ey. Ja, für mich ist das ein Hit. Ich kenne die Kuschel, Super Lemon A's. Super Lemon A's. Super Lemon, Super Lemon, Super Lemon A's. Geile Huck. Krass, krass. Geile Huck, geile Parts. In den Kommentaren gelesen, voll viele kommen auf die Huck nicht klar. Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Wie kann man da nicht drauf klarkommen? Richtig geile Huck. Parts, chillig. Thematik sowieso Standard, aber passt ja zu Obstand. Aber Alex reimt da auf, auf jeden Fall an paar Stellen auffällig unsauber, ne? Ja, dieses mit Fussel. Ja, Mann. Fufis auf Fussel war so. Ja, aber Baller ist trotzdem mies. Ich gebe dir auf jeden Fall ein Fresh. Ja. Von mir gibt es auch eine freshe Zitrone, passend zum Obstand. Oh, 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 oh. Und zum Lemon. Also, ich würde da auch ein Fresh rausdrücken. Auch geil, dass die mit Mickes ein Video gedreht haben. Also, die drehen jetzt irgendwie Obstand-technisch wahrscheinlich mit anderen Teams, weil das Video kam von Mickes Fontanier. Geil. Also, hatten die bisher auch noch nicht und man hat es direkt gemerkt, dass das frisch ist. Man hat 187 so instilliert noch nicht gesehen. Deswegen geil. Ja, ja. Fand ich auch geil. Super fruchtig, Alde. Alter, dann haben wir schon, ne? Die ganzen Singles sind durch. Durch. Wie ein Steak, das so ein bisschen zäh kommt. Alter, meine Vergleiche sind ja richtig on-flick heute. Ey, Shoutouts an Joey. Shoutouts an Joey. Der muss natürlich auch in jede Folge reinkommen. Jetzt würden wir einen glatten Switch rüber zu den besten Newcomer machen, aber wir haben zu dieser Ausgabe keinen interessanten Kandidaten gehabt. Ja, die aktuell eingesendeten Kandidaten im Postfach waren jetzt nicht sonderlich, also ich will euch jetzt nicht totbachen, ne? So ist es nicht. Aber wir müssen da natürlich realistisch bleiben und wir hatten ja schon ein paar Kandidaten der Öffentlichkeit gestellt und da auch schon gesehen, dass die jetzt auch zum Großteil jetzt nicht die große Wellen geschlagen haben. Deswegen kann man auch in gewisser Weise abschätzen, inwieweit die eingesendeten Leute der Community gefallen könnten oder nicht. Deswegen haben wir das jetzt ausgelassen und bei den Kandidaten, die jetzt im Postfach waren, es tut mir leid, das hat leider noch nicht gereicht. Aber trotzdem kommt hier der Ausruf raus an euch, wenn ihr Rapper seid, wenn ihr Rapper kennt und noch nicht die große Reichweite habt, aber in diesem Podcast-Kontext und mit den ganzen anderen Singles, die hier wöchentlich besprochen werden, auch besprochen werden wollt und bewertet werden wollt und der Community vorgestellt werden wollt, dann sendet doch euch, sendet doch eure Songs, sendet uns doch eure Songs zu. So, jetzt haben wir es. Bestenewcomer at gmail.com Ich wiederhole, bestenewcomer at gmail.com ist die E-Mail-Adresse dafür. Einfach uns einen Link zusenden mit ein paar Infos und dann habt ihr die Chance, hier im Podcast mit dabei zu sein. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen direkt Skipp rüber zu den alten Mixtapes und EPs, die in dieser Woche herausgekommen sind beziehungsweise in der letzten Woche herausgekommen sind und dort starten wir. Erst einmal würde ich sagen mit ihrem Habibi-Album. Ich bin deine Chaya, alle guten Feierlich, dann finden du meine Chaya. Habibi von Nura kommt mit 18 Titeln und gefeatured auf dieser Platte werden Remo, 8, 4, Bowser, Sam und Trettmann. Habe ich einen vergessen? Nee, das waren alle, ne? Ja. Das müssten alle gewesen sein. Sie hat ja single-technisch eigentlich schon gut abgeliefert und den einen oder anderen auf jeden Fall abgeholt und jetzt ist es natürlich heraus, interessant herauszufinden, ob sie das Ganze auf Albumlänge auch halten kann. Was sagen Sie zum Habibi-Album? Hatten Sie gewisse Erwartungshaltungen vorm Album und wurden diese erfüllt oder nicht erzählbar? Tukar. Also ganz ehrlich, also am meisten rausgestochen sind die Feature-Tracks für mich. Also Dings, hattest du überhaupt eine große Erwartung an die Platte oder war das so für dich so? Also ganz ehrlich, ich habe mich sozusagen überraschen lassen, weil bei den Single-technisch mäßig war es bei mir erst mal, die hat gut angefangen mit Chaya und so, aber am Ende war das für mich so, ja, so ein, naja. Ja. Deswegen bin ich da mit der Haltung reingegangen, lass dich überraschen, wie das... Ey, Gesundheit. Dann bin ich Dings mit der Haltung reingegangen, ja, lass dich überraschen und gucken, wie das Album dann auf dich wirkt, komplett. Und ich würde mal sagen, dass die Singles, die rausgekommen sind, einer der stärksten sind, die mir auch am meisten im Kopf geblieben sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil zum Beispiel so Tracks wie S.O.S., Chaya, ne, und genau, Ohne Sinn war ja nicht als Single raus, glaube ich, ne, war nicht, ne? Ohne Sinn. War nicht. Also auf jeden Fall bei mir waren die Singles so, äh, also die Chaya, Ohne Sinn, S.O.S., das waren so Tracks, die für mich sozusagen sehr, sehr gut rausgestochen sind und mir am besten noch gefallen haben, aber so das Album an sich allgemein würde ich, wie es aufgebaut ist und so eigentlich ein Okay geben. Also ich denke mir so, dass sie beim nächsten Album, sie hat sich jetzt schon Zeit gelassen, aber vielleicht kam mir das Album auch irgendwie, weil es irgendwie für mich so langweilig war, also ein bisschen lang vor. Ja, ja, kann schon sein, weil man hat auch manchmal das Gefühl, dass sich gewisse Songs einfach doppeln. Genau. Was hier einfach zum Beispiel Baby und Baby Baby zum Beispiel, so, das hat halt so einen ähnlichen Vibe auch und die hat auffälligerweise viele alte Songs mit drauf genommen auch, weil ich habe gesehen, der Song mit 8-4, der kam 2017 schon raus. Wow, darauf habe ich gar nicht Da war die noch bei 6, Alter, den Song hat die mit drauf genommen, aber das ist zum Beispiel auch so eine Nummer, die hat mir eigentlich auch gefallen, weil ich habe die im Album-Kontext erst zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Ich muss sagen, guck mal, ich bin eigentlich so mit der Wartung an dieses Album, das wird so das erste Nura-Album, ein paar Hits werden dabei sein und sonst ist das so, ja, ist wieder schnell vorbei. Da habe ich das Album einmal durchgehört und meine Annahme wurde bestätigt, aber beim zweiten, ich habe es tatsächlich dreimal schon gehört, beim zweiten und dritten Mal habe ich gemerkt, dass das eigentlich schon gute Laune macht, das Ding und für die Art, was das Album vorhat, eigentlich schon relativ erfolgreich ist. Aber es ist auf jeden Fall keine Rap-Platte, weil ich finde, das ist fast schon mehr Pop so, weil die ist durchgehend am Singen, Pop-R'n'B würde ich fast sagen. Ich finde auch, die ist fast mehr R'n'B-Künstler jetzt auch so. Ich würde die eher zu Sparte, Rola und sonst was zählen als zu gewissen Rappern, weil die halt auch gesangstechnisch hier auf der einen oder anderen Nummer auch zeigt, dass ihr die Art Musik vielleicht auch viel besser steht, weil wenn ich mir zum Beispiel keinen Bock angehört habe, das war auch so eine richtig ruhige R'n'B-Nummer, die auch textlich so ein bisschen tiefer geht, das ist eigentlich so die Richtung, die würde ich mir von Nura eigentlich immer wünschen. Also die kann da auch gesangstechnisch ganz aufgehen, weil, um ehrlich zu sein, finde ich die Schreibe auf der Platte halt nicht so gut. Also die ist nicht die beste Texterin, haben wir auch vorher bei den Singles ausdiskutiert, da sind die Reihen einfach zu simpel und vorhersehbar. Wenn die da Nura auf Loser und Bruder und so kommt, dann ist es halt so, ja komm, ja. Und auch bei Sixen hat man halt immer gesagt, Juju ist die Bessere, so ne. Deswegen ist da halt textlich nicht viel rauszuholen und umso mehr fand ich dann halt die Gesangsdinger am besten. Es gab da auch so ein paar Songs, die haben mich so ein bisschen an Kelani erinnert. Vielleicht weiß der eine oder andere unter euch, hab ich ja mal verraten, ich war ein Riesenfan vom Sweet Sexy Savage Album und da gab es so ein, zwei Lieder, wo ich mir dachte, ja, das hat schon so, vor allem auch vom Beat so ähnliche Vibes und dementsprechend hab ich eigentlich schon gut Laune bekommen bei diesem Album. Also ich bin ja auch R'n'B-Fan, wisst ihr, und dementsprechend ist da vielleicht auch meine Annahme ein bisschen anders als deine Tucker und ich würde da aber nicht grundsätzlich ein Fresh rausgeben, sondern eher stammmäßig auf okay bleiben, aber trotzdem die Tendenz so Fresh rauszugeben und ja, es ist auf jeden Fall, man merkt, Nura ist ein interessanter Musik-Act, aber die kann da textlich auf jeden Fall an sich arbeiten, weil da halt auch thematisch nicht viel passiert und halt auch in den Songs selbst, wie gesagt, reimtechnisch da einfach nicht viel rauszuholen ist. Ohne Sinn mit Bowser, ist auch geil, ne? Die Nummer. Das ist richtig geil. Ohne Sinn mit Bowser ist geil. Die Combo ist auch super, Alter. Also Baby Baby ist auch ein älterer Song, habe ich jetzt mitbekommen und ging auch irgendwie radiotechnisch durch die Decke, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Fortnite finde ich auch nice, eigentlich. Komm, wir zocken, Fortnite. Ich habe Fortnite nie gezockt, aber so wie sie das beschreibt, wirkt es auch tatsächlich so, als ob Nura Fortnite zockt oder gesagt bekommen hat, weiß man da alles machen kann bei Fortnite. Hast du irgendwie so least favorite, wo du sagst, nee, da ging gar nicht? Nö, eigentlich nicht. Also bei mir ist das Album auch, also von mir aus ein okay. Ich habe jetzt auch keinen Track, da wo ich jetzt sage, boah, das geht gar nicht. So, und ich muss auch zugeben, ich habe das Album nur einmal und schnell durch, also so nebenbei gehört, deswegen ist es wirklich, dass ich so mitgekriegt habe, jetzt ein okay Album. Ich kann dafür kein Lech geben. Klar, die Reime können sich verbessern, wie du es schon erklärt hast und so, aber sie hat bestimmt so, also Nura Fans hat sich damit auf jeden Fall zufriedengestellt, denke ich mal, für das erste Album. Deswegen, also bei mir ist es auf jeden Fall ein okay. Von mir okay mit einer Tendenz zu fresh. Und ich glaube, ab da an wird, glaube ich, also jetzt, so die nächsten Projekte werden, glaube ich, richtig interessant von Nura. Also erster Album, die hat da viel einfach drauf recycelt gefühlt, weil wenn die da Songs von 2017 mit drauf nimmt, ey. Ja, muss man jetzt, ach, keine Ahnung, oder? Wollen wir weitermachen? Direkt mit Play69, oder? Play69, Kugelsicherer Jugend, Lisha. Insgesamt gab es, glaube ich, insgesamt 16 Songs drauf. Ich werde das nochmal eben nachprüfen und ich hatte recht. 16 Songs drauf und gefeatured auf dieser Platte werden Farid Bang, Flair, Unique, 18 Karat, Casey Bebbel, Moussier und Summer Jam. Also schon sehr Feature bepackt, dieses Album, aber trotzdem auch genug Play69 Anteil. Hattest du gewisse Erwartungshaltung bei dieser Platte? Weil das letzte Babylon-Album von Play69 habe ich ziemlich gefeiert, Alter, das ging richtig gut ab und mit den Singles habe ich auf jeden Fall gemerkt, es geht in eine andere Richtung. Wie sah es bei dir aus? Also, ich habe auch Babylon gefeiert, aber die Erwartung jetzt, für mich kam dieses Album auch irgendwie plötzlich, weil ich wusste gar nicht, wann das Release-Datum nochmal richtig war. Ich habe das so durch den ganzen Tagen und weil ich so viel zu tun habe, habe ich das auch, obwohl wir das schon besprochen haben beim letzten Podcast, habe ich das voll vergessen, dass das rauskommt. Und, ja, und ich fand das durch seine Promophase und alles kam, ich fand nicht, dass das auf jeden Fall schnell kam und deswegen war meine Haltung, okay, was hast du denn jetzt so schnell gezaubert, weil ich glaube, so eine große Spanne zwischen Babylon ist jetzt vielleicht ein Jahr oder vielleicht Max. Ja, genau ein Jahr fast, weil der kam auch, nee, letztes Jahr kam der sogar im Januar schon. Guck, und, ja, okay, und für mich war das irgendwie nicht so eine große Spanne und deswegen wollte ich halt, habe ich gespannt, was er da so gezaubert hat, aber ich muss sagen, ich finde das Album auf jeden Fall sehr, sehr stark, obwohl er so viele Feature jetzt da drauf hat, aber ich finde das Album sehr stark, ehrlich, und ich finde seine Textweisung, wie er das schreibt und alles, wie er das verpackt hat, richtig geil. Also, ich habe da irgendwie nichts dran zu merken, also, ich finde, dass er dort alles drin so hat im Album, also in dem Album, was sich, also jeder könnte sich da freuen, also für jeden Schreck, dass für jeden etwas dabei. Ist schon sehr bunt geil, das Album, ja, stimmt schon. Ja, finde ich, und ich finde auch, dass ich dem Album auf jeden Fall einen Fresh gebe, so, vom Sound her finde ich den geil, die Beats, die er gepickt hat, geil, seine Technik, wie er rappt, finde ich gut, No Homo, also geil, No Homo, die Feature sind nicht, finde ich chillig, ja, also, ich kann von mir auf jeden Fall nur sagen, dass es ein freshes Album ist, Alter, ich finde das auf jeden Fall sehr geil. Ich finde es auch von Grund darauf, eigentlich ein stabiles Album, ich fand halt, verglichen dazu, ist halt sein Vorgänger sehr stark, und ich fand einfach den Vorgänger sehr stark, weil es auch vor allem irgendwie atmosphärisch dies, das so sein Film war und das hier ist halt eine ganz andere Sparte, auf das ich so ein bisschen erstmal klarkommen musste, weil er ja auch musikalisch was ganz anderes macht, finde ich, weil der ist da voll voll in diesen 2019 Sound reingegangen und macht da jetzt auch auf, ich sag mal, Trap Beats in Anführungsstrichen, nennt man ja nicht mehr so, so sind halt die Standard Beats heutzutage, aber halt sich auf solchen Beats und auf solchen BPMs ausprobiert und dementsprechend vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen austauschbarer, äh, austauschbarer, als auf seinem Vorgänger wirkt, aber trotzdem ein super Album abgeliefert hat. Die Features stimmen, die Beats stimmen, ich finde den einen oder anderen Song teilweise etwas zu kurz, weil da merkt man einfach, weil er halt oft auch sehr schnell durch die Beats rattert, bevor du erst richtig in dem Song drin bist, ist er schon vorbei ähm, und, äh, es ist, eine Sache ist auf jeden Fall auffälligerweise richtig unter den Erwartungen geblieben, das war der Song mit 18 Karat, ich finde den Katastrophe, Baller, Baller, der Track von 18 Karat ist irgendwie ein bisschen komisch. Der ist für Baller, Baller, da dachte ich mir auch so, warum habt ihr den dann gemacht und draufgenommen so? Also der ist so, der Beat nervt, der Beat nervt, auch die Strophe von 18 Karat war so austauschbar, da, was sagt der da? Äh, La vida loca, meine Nase voll Coca, wo ich mir denke, ja, La vida loca, auf Coca hat noch nie jemand gereimt, auf jeden, so, keine Ahnung. Baller, 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 Biditi, Biditi, Baller, Motherfucker, genau, Motherfucker, Baller, Baller, La vida loca, Nase voll Coca, nee, das war nix. Also, insgesamt würde ich da auf jeden Fall ein Fresh rausgeben, für diese Platte. Gut. Aber, muss die Anmerkung rausgeben, Babylon hat mir auch schon beim ersten Mal besser gefallen. Ehh, okay. Nee, einfach so rausgekickt. Weil irgendwie fehlt da auch voll die emotionale Note. Auf Babylon hattest du noch so ein, zwei Songs, so zum Beispiel den Track mit Mode Trip, der so richtig so deep war und Gänsehaut mäßig. Aber hier drin, wo bist du wirklich deep? Außer bei Panorama vielleicht, weil das da atmosphärischer, ruhiger wird. Aber sonst ist die ganze Zeit bam, bam, bam. Passt natürlich zum Albumtitel. ist schon ein anderes Album. Passt schon zum Albumtitel, gucken sichere Jugendliche. Aber ich hätte da vielleicht noch die ein oder andere oder die ein oder anderen anderen lyrischen Momente noch gewünscht. Hast du ein Favorite auf der Platte? Ich fand Hypnotize richtig geil. Hypnotize, Hypnotize. Das ist geil, ne? Ja. Fokus ist auch chillig. Adrenalin, glaube ich. Das war auch. Ach, Gasolina ging auch klar, obwohl das jetzt ein bisschen Dings war. Hier mit, ich drück aufs Gas und dann Gasolina. Irgendwie so. Irgendwie so. Ich drück aufs Gas. Ja. Irgendwie so was. War auch schlecht, warte. So tight. Ja, danke. Dings fand ich voll schade, dass Very Important nur ein Part hatte. Das hat richtig geil angefangen. Die Hook war geil. Die ist I'm very important. Ja, genau, genau, genau. Aber nur ein Part. Nur ein Part. Schade. Schade. Ja, Kugelsicher Jugendlicher ist auch natürlich irgendwie. Ich bin Kugelsicher Jugendlicher. Ja, zu dem kommen wir ja auch jetzt. Sollen wir direkt Fresh rausgeben und weitermachen? Oder hast du noch was zu der Platte? Ja, Fresh rausgeben, weitermachen. Nee, nee, nee. Komm, geh mal Fresh raus und geh mal zu Flair mit seinem neuen Album Colucci von vielen heiß erwartet. Und jetzt endlich seit vergangenen Freitag auch draußen. 17 Tracks und gefeatured. Darauf werden Mosenu ganze siebenmal, glaube ich. Farid Bang ist drauf, Sido ist drauf, Basu, dann Hanks ist drauf, Adel Tabil ist drauf und ich glaube, das war's auch mit der Feature Gäste. Der hat hier als Bonus Tracks irgendwie nochmal die Connor-EP mit drauf gehauen. und so hat er halt wieder die Länge erreicht wie von Flizzy, also 17 Songs. Aber ja, lass mal zum Album kommen. Wie hast du da schon eine besondere Erwartungshaltung? Weil bei mir persönlich war es so, dass diese Connor-EP, die war richtig geil, aber das waren auch nur drei Songs. Und bei den drei Songs habe ich schon ein Muster erkannt, wo ich mir dachte, bitte nicht alles von denen auf Album-Länge machen und dann kam das Album. Wie war deine Erwartungshaltung? Sag mal. Meine Erwartungshaltung war so wie bei dir halt wie bei diesem bei der EP, dass es nicht so wird, weil wie bekannt ist, hat ja Flo jetzt seinen besonderen Flow, den er jetzt auch sehr öfters verbindet. Hast du gerade zwei Mal Flo gesagt? Nein, nein, nein. Also ich dachte gerade, hat Flo seinen besonderen Flow? Ja, er hat so einen besonderen Flow, den er sehr, sehr oft gerne jetzt verwendet. Und ja, und der ist in diesem Album wiederzuerkennen und sehr, sehr oft. plus diese Eclipse, ich weiß nicht, die sind immer von Mosinu, glaube ich. Ja, das ist eigentlich voll das Kollabo-Album, Alter. Ja, weil das ist sehr, sehr bekannt jetzt auf jeden Fall. Man merkt einfach, der macht einen Satz, lässt eine Lücke, dann kommt Mosinu, entweder wiederholt er das letzte Wort oder macht irgendwas dazwischen. Komm aus dem Haar! Ja, und das ist sehr, sehr oft in dem Album. Und mir kommt das auch so vor, also mir kam das dann so auch vor, dass ich dann so die Lust verloren habe, so wenn ein Track kommt und der Chorus ist so wie und der Part fängt dann auch so und die Tracks, die wiederholen sich dann und ich kriege dann nicht richtig raus, so was jetzt die Thematik ist oder weißt du was, ich weiß nicht, da habe ich so den Dings verloren, so durch den Flow und durch die Aufwechsamkeit verlierst du nicht. Ja, die Aufwechsamkeit verloren. So, weißt du? Absolut. Dadurch, das fand ich halt schade und ja, also für so ein neues Album fand ich Koluchi irgendwie ein bisschen schwach. Irgendwie ja, es ist, also ehrlich, das hat, nee, nee, sag weiter. Ja, ich sage, das hat jetzt nichts damit irgendwas zu tun, weil nicht, dass jetzt irgendwelche Kommentare kommen, ja, Flair, Blabber. Ach, die kommen eh, du kannst sagen, was du willst, die Kommentare kommen, ey, scheiß drauf, einfach drauf schreißen. Egal, ich sag einfach. Einfach die Meinung sein. Ja, ich sag schon. Ja, meine Meinung ist auf jeden Fall, Koluchi von Flair finde ich für sein, also für ein neues Album finde ich zu schwach, obwohl da jetzt so Feature-mäßig Farid Bang drauf ist und sieht und so, aber ich finde das Album echt schwach und sehr, also das kommt mir halt, also das ist wegen seinem Flow, weil er das zu oft verwendet und da sind nicht zu viele Veränderungen oder wie heißt das? Keine Variation, Alde. Ja, genau, das ist es. Nur das, was ich geil fand, dass er dieses eine Dings gesampelt hat, dieses, ich glaube, das war aber jedes Gramm, dieses Paparazzi. Das fand ich geil, aber da wieder mit dem Flow. Das ist halt das Problem, das ist das Problem des Albums. Deswegen gehst du, da gehst du leider unter zwischen Exhibit bei Paparazzi. Da gehst du leider unter, aber egal, ich habe jetzt noch nicht meine Bewertung gesagt, aber was sagst du jetzt? So, ich sage folgendes, wie gesagt, ich hatte die Erwartungshalt und dachte mir, oh, das ist so gut, das stimmt so vieles bei Conor so mäßig, aber die eine Sache, die mir ein bisschen so einen Aufschluss hat lassen, ist halt die Überschneidung zu den Songs. Immer dieses Muster, Moseno macht die Adlips und der Flow ist der hier. Egal ob Hook, egal ob Strophe, in beiden Fällen kann es auftreten im Einzelnen, aber auch beides zusammen. Also, dass er es in der Hook und im Part macht, gibt es auch. So, und dann fängt das Album an und du hast die ersten vier Songs und der macht den Flow. Da dachte ich mir so, da kann das, weil das Ding ist, so wie du gesagt hast, da kann der Song im Einzelnen so gut sein, wie er ist. Ich bin dann aber raus, Alter, wenn der Flow anfängt und der zweite Track den wieder hat. Ich höre gar nicht mehr auf die Lyrics dann, weil das ist dann einfach wie, als hättest du dieser Boy genommen und dann die Strophe einfach unter einem anderen Beat reingeschnitten und dann weißt du, das ist irgendwie zu invariabel und damit auch ein bisschen uninteressant und vor allem auch, dass Moseno hier siebenmal drauf ist, ist auch unnötig. Natürlich hast du in der Signing und so mäßig, aber siebenmal auf dein Soloalbum, auf dein Soloalbum, auf dein nächstes Soloalbum, sieben, oder wie oft ist er? Eins, zwei, drei, vier, der ist auf jedem Track, da macht er die Ad-Lips, sagen wir so, auf jedem Track, das war ein bisschen zu viel und mir fällt es jetzt auch schwer, so einzelne Goldstücke rauszupicken, weil im insgesamt irgendwie doch mein Gefühl sehr ähnlich ist bei den verschiedenen Songs. Außer jetzt bei den Singles, da fand ich natürlich, dieser Boy war ein Brecher und finde ich bis jetzt auch, da funktioniert der Flow für mich immer noch am besten, weil ich den Flow quasi dort kennengelernt habe, da hast du den kennengelernt so und auch wo dieser Boy angefangen hat beim Album, hat für mich das Album erst dort angefangen, das war richtig so und danach kamen direkt auch respektlose Jungs mit Farid Bang, auch Bombe, richtig geil, den hat ja Farid komplett geschrieben, wo die sich abwechseln auf dem Bushido von Morsha bis zu Skyline Sample und dann auch so eine Zeile kommt wie diese Rapper Mittwochzeile feier ich übelst, wo der sagt, ich fick Rapper Mittwoch, ich Donnerstag und Freitag, geiles Ding so und dann kommst du zu einem Block Mosenu Part, keinen wie mich kannte man schon, Stafford war cool, da habe ich vor allem auch die Hook gefeiert, ich habe die jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm, aber da hat er endlich mal auch andere Flows gemacht, so, ah genau, warte, in meine Hood kommst du nicht mit deinem Passport rein, wenn dich der Stafford beißt, das ist eine geile Hook, auch ein geiler Track, das ist ein richtig geiler Track und der sticht doch raus, weil da dieser verdammte, dieser Boy-Flow nicht drin ist, leg dich mit mir an und du wirst gedamaged, ich kann das nicht 50 mal, 17 mal hören, das ist einfach unmöglich und ich habe das wie gesagt auch schon bei der Körner EP gesagt, deswegen, wie gesagt, ich kann hier Goldstücke rauspicken, sind dieser Boy für mich, ich finde es, dieser Boy ist auf jeden Fall das beste, glaube ich, auf dem Album, für mich auf jeden Fall, weil da Beat, Flow und auch dieses, vor allem dieses, wo der die Ad-Libs macht, wo der so richtig am Nuscheln ist, dieses Zucolucci für der, das ist geil, der kommt geiler so, weißt du, das ist ein geiler Track, aber sonst, respektlose Jungs natürlich fand ich super, Stafford fand ich geil, Passify fand ich ein bisschen unter den Erwartungen, weil auch Sido irgendwie einen Part gedroppt hat, den er wahrscheinlich sehr schnell geschrieben hat, also so wiegt das so, auf schnell gemacht mäßig und Adel Tawil auf Storys hat für mich nicht funktioniert, was sagst du? Die Hook. Nee. Ich weiß, man versteht, was die meinen, man hat so ein bisschen so verstanden, was die so versucht haben, so Aiken-mäßig verstanden, so ein bisschen, so weißt du, aber das, ich finde Adel Tawils Stimme passt einfach nicht zu dem Sound, das war ein bisschen awkward für mich. Wolke Sieben war wieder geil, mit Bass-Hutan Hanks und Moseno war wieder geil, weil da haben die auch ein Sample gewählt, was auch schon, Bass-Hutan Hanks auf Schmetterlings-Effekt hatte und da hieß der Track Vergiss mal nicht und die sagen ja auch in der Hook die ganze Zeit, vergiss mal nicht, vergiss mal nicht, ja, deswegen fand ich das einfach komplett geil so und auch die Combo war super und da war auch Mosenos Strophe auch völlig gut, weil die erstmals auch thematisch so eine ernstzunehmende Strophe war, weil der macht eigentlich ja immer nur so Joke-Kram. Sex, Money, Murder finde ich mit dem Album irgendwie jetzt auch besser, weil ich fand die als Single nicht so stark den Song, ich fand, ich find, meine Nase ist zu. Zu! NMV bleibt, nein, Nase bleibt zu! Nee, aber Sex, Money, Murder finde ich sticht jetzt hier in diesem Album, weil so oft dieser Boy-Flow auftaucht, sticht Sex, Money, Murder so vom ganzen Vibe her so stark raus, dass ich den im Album-Kontext viel geiler finde. Dieses, weil der auch so schnell geht mit den Ad-Lips und dies, das, finde ich geil und die drei Connor-EP-Songs finde ich nach wie vor immer noch gut und außer Gegenwart, der ist mir jetzt ein bisschen zu ausgelutscht dann, weil da jetzt wieder der Flow ist und der Beat auch ähnlich wie Kain wie mich oder dieser Boy klingt so mäßig, deswegen. Aber insgesamt ist es Tatsache, wie auch schon bei Flizzy, hast du hier ein Album, wo du merkst, Alter, da ist so viel Gutes und das hätte auch zu einem Weltklasse-Album geführt, aber leider gibt es halt zu viele Elemente, wo ich sagen muss, nee, das wird kein Album, was ich die nächsten Jahre rauf und runterhören werde, ich werde mir da meine Goldstücke rauspicken und fertig, deswegen bleibe ich da bei einem Okay. Bei mir ist auch auf jeden Fall ein Okay, deswegen habe ich schon gedacht, ja, bei mir geht nicht mehr als ein Okay, geht nicht. Da würde ich mich selber mit anlegen, weil ich mir genau vorstellen kann, wie das jetzt die nächste Woche mit dem Album sein wird, ich werde das nicht mehr in voller Länge, glaube ich, hören. Nee, leider nicht. Let's go. Trip, trip. Obwohl, ja, jedes Grab ist doch kein Highlight, weil da wieder dieser Boyflow ist. Schade. Nächste Woche haben wir folgende Album, da kommt Sami mit seinem Nafrika-Album und Timeatic mit Hyäne. Timeatic war mir ein Begriff von Julians Block Battle, da war da irgendwie mal Teilnehmer, deswegen habe ich ihn ja auch notiert und Sami hatten wir ja mit etlichen Singles schon hier im Podcast drin. Wirst du dir eines dieser Alben anhören? Ja, ich werde, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall beide anhören, aber wird schwer. Ja, aber muss man sich dann an. Andere, Andere, bei mir, wie gesagt, ich werde es notgedrungen für den Podcast machen mit Sami, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich weiß es, da wird nichts drauf sein, was ich sage, oh, geil, 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 dass halt sehr anstrengend wird das. Und bei Timeatic werde ich aus Interesse mal reinhören. Mal gucken. Weil ich habe irgendwie mitbekommen, Julians Blog ist da auch drauf gefeatured auf dem Album. Ja, dann können wir mal reinhören, wie er seinen Rap da macht. Und der soll nach Colin essen. Oh, Beef, 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 Dann gehen wir aber weiter zum nächsten Blog und da kommen wir natürlich zum Frage-Antwort-Blog und hier kann ich nochmal die Motivation rausgeben, nutzt doch die Kommentarsektion bei YouTube und schreibt doch mal interessante kreative Fragen auf, die wir dann in der nächsten Ausgabe mit in die Sendung reinnehmen und diese dann beantworten. Heißt, ihr habt Einfluss auf das, was wir hier in diesem Podcast sagen, deswegen nutzt doch die Chance und nutzt die Kommentarsektion, weil hier muss ich jetzt nochmal verstärkt diese Motivation rausgeben, weil aus der letzten Ausgabe konnte ich jetzt nicht wirklich Fragen rausfischen, deswegen kommt es auch nur zu einer Frage, deswegen bitte hier bei dieser Ausgabe wieder fleißig Fragen stellen, damit wir wieder genug Material für diesen Blog hier haben. Ich komme mal jetzt zur Frage, Lukas Ma schreibt folgendes, mal eine Frage für nächste Woche, bei mir ist es so, dass ich seit ich Rap höre, mit jedem Jahr immer einen bestimmten Rapper verbinde, entweder weil der das geilste Album gemacht hat, am meisten präsent war oder einfach krasse Aktionen hatte etc. Ist es bei euch genauso und wenn ja, welche Rapper wären das für euch jeweils in den letzten fünf Jahren, also ab 2013 bis 2018, bitte pro Jahr wirklich auch nur einen Namen nennen. Das ist natürlich eine etwas schwerere Frage, weil man da ein bisschen im Kopf rumkramen muss, aber wenn ich mir die Jahre angucke und ich weiß, dass ich glaube ich ab 2013 auch Top-Listen geführt habe, da müsste ich eigentlich immer nur den Platz 1 wählen. 2013, was kam denn da für allem, Alter? War da nicht JBG 2? 2013 so schwer ist das, dass ich das gar nicht aus dem Kopf sagen kann, was für allem da in jedem Jahr rausgekommen ist. Das ist ein bisschen schwer aus dem Kopf zu machen, aber ich gucke mal im Ungefähr, du kannst auf jeden Fall sagen, 2018, 2017 zum Beispiel, nee, 2018 ist Jesus bei mir. Das kann ich schon mal sagen, 2018 ist Jesus. 2017, was war denn 2017? 2017 ist was hatte ich da nochmal auf der 1, Alter? Was war denn bei 2017? Die Frage ist so schwer, dass man auf jeden Fall immer gucken muss, was in den Alben so kommt. Das war Top 15 2017, ich hatte Anthrazit von Raff, ey, das war Raffs Jahr, absolut, 2017 Anthrazit, das war dieses Raff-Jahr einfach, obwohl Tretman DIY, ne, das, uh, ne, müsste man Raff geben, müsste man Raff geben, ich gebe 2017 Raff, dann gucken wir mal 2016, ich mache hier einfach mal Queer-Promotion zu meinen älteren Videos, die ich dann auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken werde, da sind alle meine Top-Listen zu den vergangenen Jahren, 2016 war es Regenmacher von Megalo, ja, aber da kam Palmos Plastik 1 raus, da müsstest du bestimmt Raff und Bones haben, bei mir dann Raff kann man Raff und Bones, obwohl natürlich Flair auch mit Vibe kam, das war auch für viele Albums, aber geht nicht, das war zu krass, Palmos Plastik 1 2016, auf jeden Fall muss ich dann zwei Künstler nennen, Raff und Bones, das ist ein Topf, das ist ein Topf, Alter, bei den anderen, da rasiert es, bei den anderen wird es jetzt schwer, Alter, auf die Jahre zu kommen, weil ich meine, wenn 2013 JBG 2 kam, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es jetzt ein bisschen alt klingt, also es müsste noch älter sein gefühlt, als 2013, ich gucke mal, ob ich das noch schnell rausgekriegt finde, nee, das wird ein bisschen heavy, wie gerade war, mit diesen Jahren, oder fällt dir was bei diesen Jahrzahlen noch ein, 2013, ich glaube 2014 müsste kredibil sein mit Renaissance und 2013 JBG, nein, das war nicht JBG 2, war das Endlich und Endlich von Megalo vielleicht, irgendwie sowas wahrscheinlich, nö, ja, aber die Jahre, die ich jetzt so genannt habe, die müssten noch erstmal reichen, weil für mich, müsste ich dann auf jeden Fall jedes Jahr gucken, welche Album rauskam oder was so kunstnämlich ich heftig gefeiert habe. Iso Allah, Iso, deswegen an der Stelle danke für Lukas, danke für Lukas, danke für die Frage, Lukas, war aber eine heavy Frage, die man irgendwie nur so lala beantworten konnte, aber danke, danke, danke und mit diesen Worten würde ich sagen, willkommen zum letzten Block, welcher ja die Playlist ist, mein Bruder Zaka und ich führen die beste Playlist meines Lebens und diese Playlist erweitern wir jede Woche mit jeder Ausgabe um zwei weitere Songs und das machen wir auch diese Ausgabe und in der Beschreibung findet ihr die Links dazu, die Playlist gibt es auf Apple Music und auf Spotify, einfach draufklicken, folgen und genießen, bestenfalls im Shuffle Mode, inzwischen müsste die schon über vier Stunden oder so lang sein, deswegen genieß doch die Scheiße, Alter, Taka, was hast du für diese Woche ausgesucht? Ich habe ausgesucht, Ludacris featuring Nate Dogg, Area, 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 Go, Oh, in Area, Area, I got Hose, I got Hose, Rest in Peace Nate Dogg und bei meinem Pick geht es mit einem Rest in Peace ja leider weiter, wir wissen es, Nipsey Hussle und aus dem Anlass habe ich mich dazu entschlossen, einer meiner Favorites aus seinem letztjährigen Album oder sein Debütalbum, muss man ja auch sagen, rauszunehmen, Nipsey Hussle featuring Dom Kennedy und Belly mit Double Up, das Musikvideo verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung, ist auch sehr nice und darin sieht man auch seine Verlobte, Laurel London, die ja auch aktuell diesen tragischen Fall natürlich verarbeiten muss und ja, das ist wirklich sehr tragisch, Alter, ist einfach tragisch, aber es ist ein sehr guter Song und mit diesem Song wollen wir seine Legacy feiern und mit diesen Worten würde ich auch sagen, wir kommen langsam zum Ende, trommeln noch ein bisschen, die Werbetrommeln und sagen und in der Beschreibung findet ihr die Links zum FresherLash YouTube-Kanal und der FresherLash Instagram-Seite, auf der ihr alle Auswertungen findet und mit dieser Aussage hier auch nochmal der Appell daran, folgt mir auf Instagram, denn dort werden jetzt die ganzen Singles, die hier besprochen werden, auch zum Voting reingestellt, die Woche über, die Tage über, damit wir auch die Auswertung zur nächsten Ausgabe haben und zukünftig beziehungsweise sehr, sehr zeitnah mit den FresherLash Charts starten und dann haben wir unsere eigenen offiziellen Charts, die wir gemeinsam führen und wo es nur um die Qualität der Musik geht, nicht um Klicks, nicht um Likes, nicht um Follower, nicht um wer hat die dicksten Eier, sondern nur wer macht die bessere Musik. Taka, wie findet man dich auf Insta und so? Insta und so. Takamania88, T-U-C-K-E-R-M-A-N-I-A-88, Insta und Twitter. Twitter ist am Start, mich findet ihr natürlich auch auf Instagram und Twitter, at Teddyfilms, T-A-D-Y-F-I-L-M-S und mit diesen Worten würde ich sagen, wir machen dir mal ein Ende, ich gehe mir die Nase putzen und du, bist auch weg und genießt den Tag. Es ist echt, das muss man anmerken, es ist echt verdammt anstrengend, nach der Arbeit am Abend diese Podcasts aufzunehmen. Ich hoffe, man merkt es uns nicht an, aber ich finde das, ey, ich schwöre es dir, so eine Umstellung, Sonntagmorgen, wir müssen unbedingt jetzt wieder Sonntagmorgen in den normalen Rhythmus reinkommen, damit auch immer Montag wieder die Folgen rauskommen, weil so, Alter, das macht weniger Spaß, muss man wirklich sagen, wenn man das versögert macht. Aber wir lassen ja nichts aus und deswegen haben wir dann auch hier so durchgezogen und sagen, das war die 27. Episode von der beste Podcast meines Lebens. Mein Name ist Teddy. Mein Name ist Tucker. Und wir sehen uns nächste Woche beziehungsweise in ein paar Tagen schon, wenn es heißt, der beste Podcast meines Lebens geht. Weiter, haut rein, Freunde. Ey, haut rein. Peace. Peace out. Pein Town. Do-do-do-do-do!